was haben wir hier noch? pepper chips ok die sind hier vorne die sind die normalen cookies sind die können wir hier mal einen wieder hinlegen onion chips und jetzt geht es auch mal leer Wurde gern mal zum Fleisch fahren, aber wahrscheinlich auch so viel, aber wir gucken es uns mal an, zumindest, ist, okay, nach der Bäckerei rein. Ist das ein Weg? Da gibt es noch einen Weg. Guck mal, da gibt es noch EKWs. Laufen? Sehr schön gewesen, wenn man die kaufen könnte. Mal gucken, dass man hier das Fleisch bekommt. Das ist von euch, aber das Fleisch hier vorne, weil da auch der Automat ist. Ja. Ja. Ja, mit Chicken Legs. Ja. Ja. Teuer ist noch hier. Ground Meat und Meat Steak. Das ist teuer. Ist auch richtig, ne? Guck mal hier. Will den kaufen, ne? Der wär nice, so einer, ne? noch mal zu. Wir haben hinten hingucken, aber wir haben eh das Geld. Nichts, hm? noch mal die kühlung gucken aber ich mal ob es für mich und vielleicht dann wird es vielleicht oder reichen wird schon fast die kleine reichen mehr zu rein liegen für diese uhr ich glaube die war teurer als 800 auf jeden fall jetzt dunkel ist kleiner 2000 hier könnten die unten rein das wäre die eigentlich ganz cool genau diese vier fächer 1200 ist oder hier auch ein frisch noch mehr rein morgen und schnell den laden zu machen und 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 Das war's für heute. Ja. Oh nix, können wir hier noch was nachlegen? Oh nix, können wir auch alles noch liegen? Oh nix. Offener Hose. Die VR-Bette würde ich sagen. Die Felten geparkt. Das machen die freundlichen Nachbarn. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, der hat noch gekauft. Hm. Nix, sehr gut. Wir haben mittlerweile auch schon ziemlich viele hier. Die alles noch nicht schön, aber... Das war's für heute. 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 die d die 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 Oh. Oh, jetzt ein Teller weg. Lick getestet habe nicht was essen hier trinken ihn also das reicht das für 1200 es gibt ja nur vier fleischsorten man packt das andere mit rein gucken wir mal was wir jetzt machen und habe ich deswegen mal weniger gelb die kunst natürlich auch das nehmen wohl ist ja fast so wie das jeden fall das jetzt zurück zum betzger aber nicht das vielleicht auch schon mal fast auf die amatoren die neuen amatoren noch mit sparen lohnt sich umso früher was er holen umso mehr öfter kriegen wir halt die pro tag die display dafür müssen wir halt nicht der vorteil den displays und das ist auch so ein bisschen realistisch indem man sagt man gibt firmen sozusagen lagerfläche und die füllen auf jeden ständig und verdient hat man jetzt hier mein ich hoffe dass heute nicht wieder alles gut ist mehr wohin müssen schon mal gut an gut drei jahre und zwölf haben wir alles da finde ich es okay das war nur 1 rot wenn wir viel zeit haben und schreiben immer alles mit für was wir es einkaufen und dann kann man das dementsprechend immer dann gucken ich glaube schon dass wir trotzdem gewinnen machen was bestellen können demnächst dann sowieso jetzt haben wir jetzt heute alles eingekauft was geht an frischfleisch event nachher noch mal zum gemüsehändler schauen das würde ich gerne hier daneben schreien nicht direkt daneben ich 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 wenn ich übereinander packen jetzt vergessen ich 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 nicht schön aber selten so nicht, können wir da auch noch mal nicht, aber hier die Dings der Drews Dings und solche vielleicht noch einen einkriegen und hier an der Zweck nix, okay ja, dass wir nicht stapeln können, ist blöd sonst hätte ich gedacht, hier schön stapeln, das wäre ja auch realistisch gewesen ja, wir sind schon wieder bei 22 Minuten wenn es euch gefallen hat, schaltet morgen wieder ein bis dahin, tschüss um 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 um